Am Donnerstagabend trafen sich rund 200 hochrangige Vertreter aus Deutschland und Aserbaidschan im Rahmen des dritten Symposiums zur Tragödie von Chorchali, die sich im Jahr 1992 ereignete. Weiterhin bot das Symposium die Plattform, um über die Stabilität und Sicherheit im Südkaukasus zu diskutieren, sowie die deutsch-aserbaidschanische Zusammenarbeit zu intensivieren. Im TV Berlin Spezial sehen Sie nun Ausschnitte aus den Reden des Symposiums. Sehr geehrter Herr Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Herr Johannes Sinkhammer, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst möchte ich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie heute an diesem sehr wichtigen, für uns auch schmerzhaften Tag zusammen mit uns sind. Ich freue mich auch, dass heute die aserbaidschanischen Abgeordneten bei uns bei dieser Veranstaltung sind. Die sind auf einer Reise in Berlin, um bei den Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Und zum Glück sind Sie heute bei unserer Veranstaltung. Das ist sehr gut. Ich denke, dass Sie eine Möglichkeit haben, im Rahmen dieser Veranstaltung auch mit den deutschen Kollegen die engen Gespräche zu haben und über die Zusammenarbeit zu reden. Und ein weiterer Partner, ein langjähriger und traditioneller Partner auch bei diesem Symposium ist Deutsch-Azerbaidschanisches Forum und sein Vorsitzender, Herr Schleyer. Ich bedanke mich auch beim Forum für eine sehr gute Kooperation. Ich freue mich, dass wir für dieses jährige Symposium einen weiteren Partner, geschätzten Partner gefunden haben. Das ist Deutsch-Atlantische Gesellschaft. Ich freue mich sehr und hoffe, dass wir diese Kooperation auch in der Zukunft haben. Und ich danke auch beim Herrn Johannes Leih. Unsere heutige Veranstaltung ist das dritte Symposium, dass wir in Räumlichkeiten der deutschen parlamentarischen Gesellschaft durchführen. Meine Damen und Herren, das Wort Kojali ruft bei jedem Aserbaidschaner sehr schmerzhafte Gefühle hervor. Es erinnert jeden Aserbaidschaner an eine vollständig vernichtete, niedergebrannte und verlassene Stadt, deren Einwohner mit unglaublicher Brutalität und Erbarmungslosigkeit getötet wurden. In der Nacht vom 25. zum 26. Februar 1992 griffen armenische Streitkräfte mit der Unterstützung der Einheiten der damaligen im Bergkarabach stationierten sowjetischen Armee die Stadt Kojali mit schweren Geschützten an, zerstörten sie vollständig und töteten über 600 Zivilisten. Die Liste der Öpfer enthält die Namen von 63 Kindern und mehr als 100 Frauen. Viele Zivilisten wurden gefangen genommen, von denen bis heute jede Spur fällt. Die gezielte Aktion sollte Angst und Schrecken unter der aserbaidschanischen Bevölkerung Bergkarabachs verbreiten und sie zur Flücht antreiben. Dieses Ziel wurde erreicht. Es wurde nicht nur die Bevölkerung von Kojali vertrieben, sondern auch alle Aserbaidschaner aus Bergkarabach. Aber auch in den sieben um Bergkarabach liegenden Gebieten fanden ethnische Säuberungen statt, sodass heute kein einziger Aserbaidschaner mehr dort lebt. Die Konflikte in Bergkarabach, aber auch in Süd-Ossetien und Abkhazien stellen immer noch eine große Bedrohung für die regionale Sicherheit dar und verhindern die Entwicklung im gesamten Südkaukasus. Die Gefahr sich verbreitender separatistischer Bewegungen ist in dieser von zahlreichen Ethnien und Minderheiten bewohnten Region gegeben. Trotz all dieser Schwierigkeiten und einer schwierigen geografischen Lage und trotz der Aggression durch das Nachbarland Armenien ist es dem aserbaidschanischen Staat gelungen, die innere Stabilität und Sicherheit im verbliebenen Teil des Landes herzustellen und zu gewährleisten. Unsere starke Wirtschaft und ein bemerkenswerter ökonomischer Aufschwung haben ihren Beitrag dazu geleistet. Die Etablierung einer wettbewerbsfähigen und starken Wirtschaft war und ist deshalb eine der Hauptziele der aserbaidschanischen Politik. Heute ist es mir eine besondere Ehre, sagen zu können, dass unser Land zu den wenigen Ländern der ehemaligen Sowjetunion gehört, die eine weltbewerbsfähige Wirtschaft aufbauen können. Heute befindet sich Aserbaidschan auf bestem Wege. Das dynamischste Wirtschaftszentrum, um das Kaspische Meer herum und im Kaukasus zu werden. Etwa 80 Prozent der gesamten wirtschaftlichen Leistungen im Südkaukasus werden in Aserbaidschan erwirtschaftet. Die wirtschaftlichen Erfolge Aserbaidschans finden regelmäßig ihren Ausdruck in den Berichten verschiedener internationaler Organisationen. Unser wirtschaftlicher Fortschritt ist der Garant für unsere Stabilität und für die Sicherheit in unserem Lande. Heute befinden sich keine militärischen Truppen und Sturzpunkte eines fremden Staates oder Bündnisses auf dem Territorium der Republik Aserbaidschan. Das ist keine Selbstverständlichkeit für diese Region und wiederum Ausdruck unseres Willens für innere unabhängige Politik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ziel unserer unabhängigen Politik besteht darin, freundschaftliche, gut nachbarschaftliche, gegenseitig profitable Beziehungen mit allen unseren Nachbarn und anderen Mitgliedsländern in der Weltgemeinschaft aufzubauen. Deutschland wird dabei eine große Bedeutung beigemessen. Wir arbeiten in allen Bereichen sowohl mit der deutschen Regierung als auch mit den Vertretern der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft sehr eng zusammen. Seit Oktober des letzten Jahres, das heißt seit dem Besuch des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier in Aserbaidschan, sind unsere Beziehungen in eine hochaktive Phase eingetreten. Seit Anfang des laufenden Jahres hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Herr Ilham Aliyev, zwei wichtige Arbeitsbesuche in Deutschland verwirklicht. Der erste Besuch erfolgte auf die Einladung von Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel und es wurden viele wichtige Themen, unter anderem zur Energiesicherheit, regionalen Sicherheit und den Berg-Karabach-Konflikt ausführlich besprochen. Der zweite Besuch fand anlässlich der Teilnahme an der 51. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Bei der Berg-Karabach-Konflikt zum ersten Mal in einem gesonderten Panel behandelt wurde und dem Präsidenten Aliyev die Möglichkeit gegeben wurde, seine Vorschläge zur friedlichen Lösung des Konfliktes vorzustellen. Bei der Pressekonferenz von Angela Merkel und Ilham Aliyev wurde noch einmal festgehalten, dass die Positionen unserer beiden Länder in den meisten Fragen zusammenfallen. Wir schätzen und begrüßen den Willen der Bundesrepublik als Mitglied der OSZTJ-Minske-Gruppe, künftig eine aktive Rolle bei der Lösung des Berg-Karabach-Konfliktes spielen zu wollen und sind bereit, jede Initiative dieser Richtung der Lösung zu unterstützen. Liebe Gäste, ich möchte diese Themen nicht weiter vertiefen, sondern freue mich auf die Beiträge unserer geschätzten Kollegen und Experten. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen einen ganz interessanten Abend. Danke schön.